Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight mit meiner Crew, yo. Mit der lüsternden Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Der kranken Kyra. Hallo. Und dem Asylbewerber Aya. Entschuldigung, das ist mir gar nichts eingefallen. Au. Mir ist nichts eingefallen, Entschuldigung. Aya, nix schuldig. Aya, nix schuldig. Achso, ich bin nicht bereit. Ja, drückst du bitte mal. Ja, ja, ja. Na ja, ja. So, die Lizzie lebt jetzt ihre dunkle Seite aus. Oh ja. Macht sie das auch im Dunkeln oder hat mir da irgendjemand Mondlicht angefordert? Wir werden sehen. Jetzt haben wir viermal helleres Mondlicht. Ne, nur einmal. Das war ich nicht. Nein. Um Gottes Willen. Das warst du nicht. Oh, fantastisch. Ja. Sehr schön. Ach. Von auch aufpassen, wo man hinläuft. Das ist ja... Ich bin als Killer nicht gut. Die hatte ich noch gar nicht als Killer. Ich habe da in deinen Streams was anderes gesehen, Lizzie. Ich bin ihr noch nicht begegnet. Wird sich verändern. Fangen wir an zu schwitzen. Können wir Pause machen? Das ist gut. Das war ein Perk von mir. Achso. Schwitze in den Gamerfinger. Damit die Hexe die Überlebenden noch besser riecht, ja? Hallo. Ja. Und wer will mir unter den Armen riechen, ha? Hallo. Ich. Ich komme. Ich komme, damit du die Gelegenheit bekommst. Oh Gott. Das ist gut. Ich kann ja noch lauter singen. La, 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 la. Oh, wie fies. Ich hasse es. Wie geht das? Blind gest... Oh, die können, den mag ich ja. Immer, immer ich. Ah! Ich glaube, ich weiß, wo du die Hexe bist. Uzi, 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 uzi. Der alte Mann ist schon wieder zuerst. So, wer wollte mit den Armen riechen? Komm her. Komm her. Geil. Ich hänge aber eher in Höhe deines Schweißbeins. Na jetzt. Da darfst du auch, wenn du möchtest. Da darf ich auch mal riechen. Die Schweißbein kostet nicht extra. Was? In Höhe des Schweißbeins? Was ist das Schweißbein? Das Schweißbein. Ja, das auch. Sie malt da irgendwie Hüpfekästchen auf dem Boden. Ja. Wer will mitspielen? Wer will mitspielen? So rechts von mir. Aber ich sehe, ach, ich sehe. Wer will denn mitspielen? Ich nicht, wenn du so fragst. Wer will die Handwerker sehen? Der muss nur zu Lissi gehen. Winde, ich muss mal gerade was tun. La, 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 la. La, 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 la. Lissi, ja? Ich höre meinen Herzschlag, denkst du? Deinen Herzschlag, du sollst meinen hören. Bist du sicher? Ja, total. Ja ne, ist schön hier. Achso. Nein! Doch, du auch! Glaubst du, Ever Rainbow ist der einzige, der da irgendwie... ... in diesen Genuss kommen soll? Die kommen ja, das sehen wir nicht. Nein! Und sonst... Ja, das macht nichts jetzt. Ach auch, ich bin wieder unter dem Haken, das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, ich hab doch eine Treschenland, warum benutze ich die denn nicht? Ähm... Weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Doch, du weißt, wie das funktioniert. Hat das geklappt? Ja, du hast mich geblendet. Achso! Aber ich hab blind zugeschlagen. Achso, wow! Deswegen hab ich die, äh... Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert quasi. So, hast du dich gerade selber befreit? Ja. Ah! Du warst doch grad nur auf der anderen Seite! Ja! Das ist einfach die Vorgabe der Hexe. Mann! Mann, ey! Lalalalalala... Lalalalalala... Nein, das ist mir egal! Ich will dich die gleichen wieder. Hör auf zu meckern! Ja, ich bin raus! Wieso? Jetzt schon? Weil ich schon kämpfen musste. Oh, das tut mir leid. Oh Gott, das tut mir auch leid. War schön. Hi Aya, wie geht's dir? Nein, nein. Fünf Minuten. Geil, fünf Minuten. Komm, komm ran hier. Das ist die Runde aller Zeiten. Oh, Kaira ist auch grad weggelaufen, ich seh's schon. Ah, okay. Taschenlampe, Taschenlampe, warum denk ich denn nicht daran? Das weiß ich nicht. Sonst stimm ich auch wieder zum Haken. Ach ja. So, guck mal. Kannst du dir angucken, wenn du da hängst. Ja, Kaira. Mach mal draus. Was? Warum bist denn du auch schon wieder tot jetzt? Du musst gleich mal weg. Jetzt die Luke bitte. Ja. Das kann passieren. Warum bist du schon tot? Du hängst doch aus einmal. Ich hab mich einmal ein bisschen negativiert. Mit dem Schnitt kann ich schon mal leben. Das ist gut. Ich dachte schon, ich blamier mich. Das ist ein blöder Schnitt. Ich blamier mich bis auf die Knochen. War schon mal eine Befürchtung. Ey, das glaub ich ja. Das ist mein Job hier, Liz. Ja, so schlimm bist du. Wenn du nicht gerade Mondlicht auslegst. Das wird dich jetzt noch ein bisschen verfolgen, übrigens. Was für den Mondlicht halten wir dir noch Jahre vor? Ja. Zehn Jahre im Altenheim. Mondlicht. 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 Kein Mondlicht. Lass mich. Ich will kein Mondlicht. Ich hätte gerne Luke. Luke Skywalker. Ja, die hätte ich jetzt gern. Und was soll man meinen? Lissi malt bestimmt rund um die Luke irgendwelche... Ja, mit Sicherheit. Sie hat ihn bestimmt schon gefunden. Wenn ihr meint. Zeige es einfach drauf und chill. Wenn ihr das meint. 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 Deint. Er weiß. Wohin tritt sich so Angst, dass ich gerade irgendwelche Zeichen sehe? Ja, irgendwann würdest du schon alles voll gemalt haben. Und was soll man meinen? Holschuh an den Beinen. Wollt dich. Wissen, geht's dir gut? Ja. Zu gut will ich meinen. Zu gut. Ach, es kann einem noch nie zu gut gehen. Glaub' auch. Glaub' auch. Soooo. Es muss doch hier auf dieser Karte irgendwo... Ja? Ja? Was? Was? Da steht ein Baum drauf. Wissen, wenn du da drauf sitzt, hau' ich dich. In den Koffer. Ach. Mit einem Sonnenpfefferchen. Ja, mit meinem Sonnenpfefferchen. Das sagst du doch jetzt nur so. Ich meine das schon so. Lalalala. 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 Mensch, ist das spannend. Na, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Kommt die mir zu, ja? Ja. Wo ist sie denn? Doch, gut. Muss sie denn... Aber ernsthaft? Da, 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 da. Das ist jetzt eine Sch*** raus. Warum kann das auch gar nicht sein? Und dann lachst du uns einfach mal weg innerhalb von drei Minuten. Nicht alle von uns. Wieso kann das nicht sein? Wieso kann das nicht sein? Nicht alle von uns. Ein kleines unbeugsames Dorf. Von den... Oh, Arsch. Hi. Nein. Nope. Oh, da lag da eine Taschennappe. Ja. Ja, tschüss. Hi, Kyra. Ja, ich dachte nicht, dass du da, ähm... Na was? Ne Falle hinbelegt hattest. Muss ja auch mal sein, ne? Ach, fies. Ja, ok. Jetzt seh ich ein, dass du da nicht lang kommst. Jetzt seh ich ein. Ist ja auch ne Luke. Das wär total... Bestimmt, irgendwo ist sie ne Luke. Ja, es wär total Knoke, wenn ich sie jetzt finden könnte. So geht es? Ich muss sie irgendwie sagen. Naja, ich weiß nicht, wo ich nach... Ne, ich nicht. Nein, Kyra. Ah. 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 Frisches Blut. Ja. Frisches Blut für... Hier gibt's keine Luke. Das ist eine Beschiss-Map. Oh, da lag deine Troschenlampe. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Macht nichts. Misch doch das nicht, falls du das meinst. Was? Bist du? Oh nein! Da hast du... Ach, sei nicht schraurig, Kyra. Schade. Aber es gibt tatsächlich ne Luke. Ja, klar gibt's ne Luke. Ich hab's halt nur nicht gefunden. Na, die ist im Haus. Die Luke. Ehrlich? Ja. Ja, da wollte ich nicht rein. Das ist mir zu eng. Die war im Haus, aber ich hab auch zwei Fallen drumherum platziert tatsächlich. Mach, idiot! Ja. Tschüssi. Guck mal, ich mal noch was. Danke. Ja, das Kämpfen spare ich mir jetzt mal, ne? Oh, es tut mir leid. Alles gut. Aber in meinem Abgang, wie gemeint, ist das schön. Juhu! Achso, Lizzie darf nicht mehr Killer spielen. Ja, du auch. Ich wollt grad sagen. Das sagt der Doktor, ne? Hallo? Ja, aber nicht innerhalb von fünf Minuten, Lizzie. Das war schon nicht effektiv. Beeindruckt. Naja, vielleicht hat Rainbow doch recht. Ihr habt schon wieder über 40.000 Punkte und ich hab 1.000. Ja, Rainbow, du hast das Spiel einfach kaputt gemacht. Nee, ich hab 11.000. Ja, das richtig. Ich hab 5.600. Ja, genau. Hier, Kyra hat 47.981. Ja, ja. Richte noch weiter ein. Also, das stimmt fast bei dir nicht. Also, man kann's bei mir nachgucken. So sind die wirklichen Punkte. Ja, das äh... War schön, ne? Das war sehr kurz. Oder? Komm, wir machen noch eine Runde direkt mit der Lizzie. Ja? Oder? Soll ich einen anderen... Soll ich einen anderen Killer nehmen? Ja. Ja, komm. Nein, du darfst dir nehmen, was du möchtest. Nein, nein, das ist... Nein, das ist in Ordnung. Will ich ne Mann? Nein, nein, nimm dir ruhig. Nimm dir ruhig. Gönn dir, Lizzie. Gönn dir. Gönn dir, genau. Na, ich mag sie ja, muss ich sagen, ne? Aber ich, äh... Du kannst auf jeden Fall mit ihr umgehen. Ja. Dankeschön, danke, danke. Nein, ich nimm ihn hier. Komm. Ihn hier? Ihn hier. Ihn hier. Das ist ein neuer Killer. Das ist das für mir. Achso. So, ich wär soweit. Okay. Lachen wir direkt weiter. Wie direkt? Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen jetzt hier. Nein, das schafft ihr jetzt. Komm, ich helfe euch. Okay, wer ist nicht bereit? Ich bin bereit. Ich, ich muss mir, ich muss mir noch kurz Zeug mitnehmen. Achso. Achso, die Ausstattung ist weg, ne? Ja. Oh, okay, warte, Moment, hast recht. Gut, dass du es gesagt hast. Und ich muss, äh, ich muss kurz mal ganz, ganz kurz, ähm... Ähm, nein? Schalalalalalalala. Hey! Hey! So, da sind wir wieder. Hey! Und, äh, bereit. Ach, nämlich das, was soll's. Okay. Was soll's? Rainbird, wie sieht's aus? Nimmst du wieder helleres Mondlicht? Ja. Gut. Ich nehm, äh, Flutlicht-Scheinwerfer. Geil. Fußballstadion. Ja, Lissi, dann sei mal bereit, ne? Ja, Moment. Alles klar. Äh, Perks darf ich zwei nehmen, ne? Und in grün. Ah, ich bin jetzt auch bereit. Ach, schade. Jetzt hatte ich die lilanen Schuhe. Ja, ja, ja. Und so ein Gekontentierler, das macht echt Spaß. Das ist... Wow. Ähm, ach, ich nehm das und was nehm ich noch? Ach, ich lass das andere? Nee, ich mach jetzt nicht wild irgendwie was. Ich hab jetzt irgendwas gewählt, so. Aber ich hab mich, ich hab mich lange davon geschlichen vor ihr. Ich muss ja, ich stell dir gerade fest, Aya und ich haben versagt als gedacht. Kyra und Lissi nicht. Ich muss aber sagen, ich hab den Killer zum... Ja, ich hab Hasi auch zum ersten Mal gespielt. Okay, das ist beruhig. Ja, du hast Hasi zum ersten Mal gespielt, klar. Klar. So, wir haben einmal helleres, einmal dunkleres. Einmal helleres, einmal dunkleres. Also normales Modlich oder zwei Monde? Zwei Monde. Ein Doppelmond, das wäre irgendwie auch nicht fehlen. Doppelmond, ja. Ah. Das ist so romantisch. Vielleicht doppelt romantisch. Nur mit einfach gelben Mond und ein bisschen häuten. Wen willst du häuten? Ja, wen häuten? Oh, die fauligen Fäller. Die mag ich auch. Oh Gott, die Farben. Oh Gott. Das war Glück. Das war Glück. Das war einfach Glück. Weißt du, meinst du, von wie ich mich mehr erschrecke? Vor Survivern oder vor dem... ... ich bin alleine hier auf der Farm. Ah, frag dich mal, warum, ey. Ich hab gar nicht ein einnehmendes Wesen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Du hast auch zwei Taschenlampen im Kopf, glaube ich. So wie deine Aussehung blöd aussieht. Alles klar. Guck mal. Jetzt kannst du zugucken. Oh, ich sehe meinen eigenen Schatten. Das macht mir Angst. Das kann ich verstehen. Warum? Die kümmern sich wieder nicht um mich. Doch, doch, die kümmern sich um dich. Ach, was erzählst du? Wo willst du das denn wissen? Es steht wahrscheinlich hinter einer von uns. Ja, dreh dich mal um. Guck genau hin. Nein, Rainbird. Warum denn? Wöchtest du nicht mein Freund sein? Nein! Was? Ah! Ich hab ein bisschen Husten. Aaaaaaah! Komm, wir müssen dir was dagegen! Entschuldigung, aber ich hab die Spuren gesehen. Muss eine Hammer-Schmerz-Tablette sein. Ja, mit dem Hammer auf jeden Fall. Ja, mit dem Hammer auf jeden Fall. Hm. Mama, ich möchte nicht vor. Muss ich noch weiter mit diesen Menschen hier spielen? Müssen wir schon wieder Rainbird zuerst opfern? Ja. Ich glaube, das heißt ja. Ah, okay. Naher ist er noch nicht tot. Okay. Nein! Oh, du blutest! Das ist aber wie! Oh! Na sowas! Ah, hast du Glück gehabt! Den Nasenbärmann! Den Nasenbärmann! Aber ich kann das auch mit dem Hammer! Also so ist das nicht! Oh, da spritzt das Blut. Ah, ja, alles klar. Okay. Wir nehmen dir mal hier vorne. Touch me, baby! Touch me! Selbstverständlich! I wanna feel somebody! Entschuldigung! Nicht da! Au! Entschuldigung! Wir sollten gehen! Warum? Bleibt doch noch ein bisschen! Ich finde, ihr solltet bleiben! Auf jeden Fall! Wo ihr gerade seid! Ich finde, ihr solltet bleiben! Ja! Geil! Ja! Hallo, Kyra! Hallo! Hä? Achso! Ich bin da vielleicht ein bisschen blöd in deine Richtung! Wasch hier? Ja, das kenn ich! Kenn ich! Kenn ich! Kenn ich! Haben wir uns jetzt dumm getrennt, weil das... Ah! Ich glaube, ich blute! Nein! Wirklich? Entschuldigung! Aber das mach ich mal automatisch! Da kann ich das nicht machen! Aaaaaaah! Gebecken! Die machen noch die weg hier! Die ist doof! Die Palette! Gibt's noch Fun drauf, aber ist mir egal! Palettenpunt! Hast'n aber Glück gehabt! Creepy, sie auch immer flüstern, ne? Ja, ja, das ist total dramatisch! Entschuldigung! Ich geh mal ein bisschen auf in diese Rolle! Hi! Ah! Rainbird! Hallo! Ich hasse dieses Spiel! Nein! Ah, Rainbird! Nimm wir gleich den hier vorne! 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 Alt F4! So, ich bin raus, wa? Tschüssi! Ich konnte mich noch nie leiden! Ich konnte mich noch nie leiden! Wen konntest du mich nicht... Du konntest mich noch nie leiden, oder was? Ne! Ne! Das ist klar! Ich find' das kann man jetzt auch mal sagen! Ich hab' lange genug hier vorgespielt! Oh, das kannst du aber gut! Ja! 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 Mit dem Wagen irgendwo holen! Hab schon jemand Lupe gesehen? Ich frage für ein Volk! Was? Verdammt, jetzt hab' ich dieses blöde Lied auf dem Kopf! Warum? Du kannst Lissi zu mir sagen! Oh Gott! Na, du doch auch! Mensch! Was ist denn mit Schatten? Ich sehe immer meinen eigenen Schatten! Mensch! Schön, dich zu sehen! Ja, wollen wir uns jetzt drüber lustig machen, ob ich eben daneben geschlagen habe? Ja, mein Lieb! Ja, mein Lieb! Ja, mein Lieb! Ja! Alles klar! Ah! Lissi, sei als Killer-echter! Oh, macht sie! Ich gefällt ihr, was ich mit ihr mache! Oh Gott! Oh! Oder Aya, wie sieht's aus? Gefällt's dir, was ich mit ihr mache? Oh, bitte nicht der Haken! Der Haken! Nein! Safe World! Oh! Safe World! Ich hab die Luki übrigens nicht gesehen! Du bist hier, ich weiß jetzt! Nein, bin ich nicht! Doch, bist du! Hi! Nein, 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 nein! Doch, bist du! Oh! Oh! Aber ich hab so ein... Komm mal schnell runter, bevor wir mich aufmachen! Nein! Weißt du so? Komm, versuch was wert! Ähm, ja, was mache ich jetzt mit dir? Du wirst dich wahrscheinlich... Nein, du lässt mich liegen und ich krieg schon die Luki! Das ist ganz einfach! Oder du wirst dich frei wiggeln, während ich dir einen anderen Haken suche. Was machen wir denn da jetzt, verdammt? Komm, du hast die faire Chance! Du hast die faire Chance! Ich äh, traue dir nicht! Wieso, die Chance ist doch fair! Du hättest dich jetzt bis hier und kannst du dich frei wiggeln? Siehste? Guck mal! Lauf! Okay. Ich bin immer wieder, ist Kaira die Letzte, die überlebt. Ich erkenne eine ziemlich eindeutige Grenze. Ja. Ah ja, es ist nicht unser Spiel, glaube ich. Aber ich hab's gekauft! Ja, das ist schon schön, wenn man sie... Touch me, touch me... Durchaus! So, jetzt aber die Luke bitte, Kaira. Enttäusche uns nicht! Geh mal sehr nett, ja? Hi. Ach, komm! Oh Gott! Ach, Lizzie! Ach nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab so ein schlechtes Gewicht! Ich geh jetzt, ja, ich geh jetzt! Nein! Was ist denn erschöpft jetzt auch noch? Du schiff dir die Luke! Danke! Du hast ja wohl, du hast ja fiese Perks dabei, ne? Ich hab, ich hab fiese Perks dabei? Ja! Warum? Die Erschöpfblutung! Ach so! Sag mal! Gute Nacht, Ligli! Nacht, Ligli! Wow! Entschuldigung! Wuhu! Einer, weil wir nie wieder mit Lizzie spielen wollen! Ach, als Verweiler ist Lizzie ganz angenehm! Ligli! Alles klar! Oh, niemand ist entkommen! Sehr schön! Keine Ahnung! Lizzie hat 54.000 Punkte! Jetzt... Ja, Raymond! Und jetzt sag doch mal, ich hätte Lizzie doch ... ... tragen können, weißt du? Was? Was hättest du mich fragen? Achso, nein, ich hätte dich zur Luke tragen können! Ja! Bestimmt! Gerade die! Gerade die! Gerade die! Ey komm, ich bin als Survivor nicht einmal gekommen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ne! Ja, also! Doch! Doch bist du! Klar! Ja, aber wenn dann nur einmal! Ja, in der Runde, in der ich tot war! Ihr habt euch abgewechselt sozusagen! Ne, Lizzie hat mich geopfert, damit sie raus ... Oh! Alles klar! Okay, ich will doch mal einen Killerspielen sofort! Nein, Schluss jetzt! Ich stand aber auch unter Druck! Ich musste mich ja beeilen, weil das jetzt die zweite Runde gewesen ist! Achso! Deshalb! Dass das nicht so lange dauert hier, ne? Achso! Ja, ja, nee, klar! Es macht echt Spaß! Ja, mir auch! Achso! Wenn wir dir entkommen, dann kann uns kein Killer im ganzen weiten Internet ... Ja! Okay, vielen Dank fürs Zusehen! Och, sei nicht so! Och, Rainbug! Ich möchte helleres Mondlicht! Alles klar! Macht's gut! Und meine Kameraden hier, die verabschieden aus ihrer militärischen Art und Weise! Den Salud hört man aber nicht! Ich wollt grad sagen, aber da hast Stiefel zusammenklappen vielleicht! Hopp! Damit hätte ich jetzt eigentlich gerechnet! Hopp! Au! Tschüss, Sir! Stillgestanden! Ich liebe Tschüss!